herzlich willkommen zurück liebe freunde zu einer neuen folge wir spielen minecraft ja wir haben uns in der letzten folge damit beschäftigt hier drin ein bisschen neue fenster zu machen da weiß ich noch nicht so genau was wir dahin machen da auch nicht wir haben hier jetzt angefangen eine front zu bauen eben gerade wo ich hier so gestanden habe dachte ich mir vielleicht lassen wir einen in der mitte ich habe auch schon gezählt das müsste passen wenn wir 1 2 3 4 5 1 lassen wir zu 1 2 3 4 dann haben wir auch 5 warte ich muss niesen entschuldigung konntet ihr nicht hören ich drücke euch dann immer weg 1 2 3 4 5 den lassen wir achso jetzt haben wir keine axt mehr okay warte wir bauen uns mal kurz eine axt wir nehmen einfach einen aus stein das müsste ja reichen wir haben keinen stein mehr es ist doch zum heulen jetzt haben wir den ganzen stein da unten reingeklatscht so dass wir jetzt keine mehr haben wir müssen auch mal wieder auf irgendwie so eine erkundungstour gehen oder warte ich weiß was wir machen das wird sich alles natürlich noch ein bisschen verändern dauert zwar alles seine zeit aber ich hoffe es gefällt trotzdem einigermaßen so was mache ich denn da so wir nehmen von hier einfach ein bisschen da brauchen wir ja eh noch ein bisschen was was wir hier noch raus bauen wollen klammern wir jetzt wie viel schneine 13 machen wir hier noch weg oh nein scheiße den wollte ich nicht weg machen so entschuldigung entschuldigung so haben wir 25 wir können auch gerne noch mal eine ladung hier wegnehmen wie gesagt hier unten müssen wir eh noch ein bisschen was machen aber nicht jetzt das werden wir noch machen aber ich weiß noch gar nicht genau was ich hier hin bauen will das weiß ich wirklich noch nicht so genau so dann gehen wir mal wieder hoch hier hat unseren keller da können wir ganz kurz gucken den haben wir jetzt hier ein bisschen ausgebaut unser stein produziert hier aktuell noch clean stone also saubere steine hier da werden wir aber noch jede menge von brauchen damit wir das hier ein bisschen austauschen können auch die decke komplett einmal austauschen können alles ein bisschen eben machen können auch das hier wieder so ein bisschen sauber muss jetzt nicht alles ganz penibel aber ich möchte es hier schon ein bisschen schön haben so zack ich würde sagen wir gehen mal kurz schlafen so bob einmal nur weil wir schon eine komplette nacht durchgesetzt haben oder durchgemacht haben zack ist hell ist es immer besser wenn man dann doch nochmal pennen geht so was wollten wir machen wir wollten eine axt machen wie gesagt die hält zwar nicht so lange aber ich möchte jetzt auch ungern mein ganzes äh eisen dafür verballern was ich hier sowieso nicht mehr habe so wirklich so wir packen uns die axt natürlich hier hin zack dann aber eins zwei so eins zwei drei vier einer noch fünf den lassen wir keine ahnung ich weiß noch nicht wie es aussehen wird so dann haben wir da auch nochmal eine riesen fensterfront finde ich persönlich eigentlich ganz cool vielleicht können wir auch unten weg machen dann hat man da so ein bisschen glasaussicht oder man lässt es einfach wirklich so na wir lassen das so würde ich sagen so wir haben nur noch drei fenster das heißt wir müssen nochmal glas machen kurz äh schon wieder vergessen wie es geht so genau so machen wir nochmal am besten zack dann klatschen wir die dinger hier rein und ihr könnt gerne wenn der ein oder andere von euch Ideen hat gerne ein paar Ideen reinschreiben ich bin da wirklich für alles offen was läuft denn hier noch rum hier haben wir alles zu ne ah siehste guck mal da stehen noch ein paar Sachen besser gesagt liegen noch ein paar Sachen unser Schäfchen ist jetzt hier gar nicht mehr gespawnt oder wie sehe ich das aber unser Creepy noch einer Scheiße äh geh da nicht rein du Arsch komm hier komm komm oh ein So Da hinten ist noch einer Den locken wir uns auch mal hier ins freie Feld Hauptsache der macht nicht bumm Glück gehabt Und dann klappt es auch wieder mit den Schäfchen hier Hallo Schäfchen Und kann ich nichts mehr tragen Scheiße Schön Ja ist ja gut So das Gammelfleisch kann er von mir aus gammeln Das juckt gar nicht Okay Einfach nur der Kopf hat da drüber geguckt Ich weiß nicht ob ihr das sehen konntet So dann haben wir das auch Wir essen mal kurz was So Essen wird auch langsam wieder mau Können wir mal ein paar Sachen wieder in die Kiste klatschen Wolle zum Beispiel Das Glas packen wir mal wieder zurück Brauchen wir auch aktuell nicht Und wenn wir wissen ja dass es hier drin ist Holz haben wir ja auch jede Menge Können wir vielleicht doch mal mitnehmen Das packen wir hier mal rein Die Pfeile packen wir mal rein Wir nehmen den Bogen eh nicht mit Kies Kies packen wir auch mal zurück So Den Knochen packen wir rein Die Steine behalten wir mal So Den können wir auch nochmal wegpacken Den Feuerstein Alles klar So Jetzt müssen wir mal kurz gucken wie wir das hier alles einrichten Wir machen da jetzt auf jeden Fall mal eine Fackel hin So genau da Genau da zack Vielleicht auch genau da Und dann auch nochmal genau da Oder vielleicht doch lieber außen Ja das sieht besser aus So zack Hier machen wir das auch Da ist schon einer Dann machen wir hier in Oh da hätten wir genau die Mitte nehmen können Und warum da nicht Doch hier auch Zack Dann machen wir natürlich genau die Mitte Zack Und nehmen den weg Und hier dann natürlich Auch Wobei der da jetzt Da ist er auch nicht in der Mitte So Genau Und hier schöne Fackeln So Dann läuft das hier einigermaßen Die würde ich vielleicht Weiter über die Tür hängen So Wobei das sieht irgendwie komisch aus Vielleicht so Ja so könnte man das vielleicht machen Dann sind sie genau auch in der Mitte Bei der Tür So Hier müssen wir uns auch was einfallen lassen Hier möchte ich so ein bisschen Küchenbereich hin machen Vielleicht So mit Ofen und so Hat man ja hier auch schon ein bisschen So diese Lounge ne Dass man da so Küchenab So Küchenzeile vielleicht hat Vielleicht Vielleicht Bin mir da noch nicht so sicher Wenn hier noch ein Block wäre Könnte man sogar im Gang machen So zack Aber egal Hier hätte man vielleicht noch die Werkbank reinsteigen können Dann steht die auch nicht so ganz im Blick Und dann sieht das auch nicht mehr so symmetrisch aus Also nicht mehr so Gleichmäßig Wollte ich sagen Aber ansonsten würde ich hier vielleicht so gern so So einen kleinen Tresen rüberziehen Von da an Warte mal mal gucken wie das aussieht So Sieht da nicht so schlecht aus Ich weiß gar nicht was passiert wenn wir jetzt die Kiste kaputt machen Was da mit unseren Sachen ist Trau mich aber auch nicht es zu versuchen Das können wir jetzt sogar noch austauschen Jetzt können wir da vielleicht eine Die Werkbank rein machen So Werkbank ein frei und dann den Ofen vielleicht Oder zwei Öfen vielleicht Und ich weiß nicht Ob man dann vielleicht oben drauf noch was machen kann Dass das vielleicht so ein bisschen Chilliger noch aussieht So ein bisschen mehr nach Arbeitsplatte oder so Ich weiß ich hab mal gesehen Es gab da so ein So ein Trick Aber wie war der nochmal Das hab ich mal irgendwo gesehen Warte Ne wenn man nur zwei nimmt Dann hat man hier sowas Warte Ich hab das mal irgendwo gesehen Ich weiß aber gar nicht mehr Das sieht auch nicht schlecht aus So wie Abzugshaube so ein auf Ich will nur mal kurz was probieren Ach da der ist ja jetzt schon drauf Prima So warte Hä Aber kriege ich den noch auf den Ofen Kann man den noch auf den Ofen machen Dann kann man das so vielleicht so als Abzugshaube Also als Dings machen Da kriege ich den nicht drauf Aber warte Wenn ich da hin drüber mache So Oh Im besten Fall auch nicht so Sondern dahin Und jetzt den da Ah guck Dann geht das Und dann kann ich den wieder weg machen Genau das meinte ich Dann hat man so eine Art Arbeitsplatte da drüber Vielleicht Vielleicht das Holz ein bisschen zu hell dafür Aber anderes habe ich aktuell nicht Deshalb nehmen wir den mal kurz mit hier Machen wir uns außen Oder machen wir beide in der Mitte Oder machen wir hier Und hier Oder machen wir zwei Öfen Weiss ich gar nicht Äh wo ist der denn Da ist er So Aber die Werkbank hat jetzt auch nicht so viel mit der Küche zu tun Eigentlich Vielleicht sollten wir die doch woanders hinstellen Ich meine ich schnitze ja jetzt nicht da an dem Ort wo ich Wo ich esse ne Oh Meine Fresse So Wenn wir hier aber vielleicht auch noch kleinere Steine drüber machen Kann man da vielleicht so ne Art Äh So ne Art Ähm ähm Sag schnell Warte mal So Gehen die da hin? Warte mal So wo sind die? Da sind die Zack Wenn ich den jetzt Geht der da oben hin? So Das könnte man durchaus machen ne So vielleicht aber auch Stein Oder ne Stein sieht vielleicht wieder ein bisschen zu Zu sehr nach Weiß ja nicht was aus Aber so könnte man das machen Hat man so einen kleinen Ja Tresenküchenbereich Machen wir mal kurz den Ofen So Vielleicht auch zwei Oh ich bin so dumm Warte So Eins Zwei Können die Die können auch beide nebeneinander stehen ne? So Eigentlich geht das ja So jetzt packen wir den mal hier hin Zack Und den auch Zack Wollen wir jetzt hier die Dinger dran machen? Oh ich hab keinen mehr Dann sieht das vielleicht nicht so schlecht aus Haben wir so ne kleine Arbeitsplatte Warte Wir machen nochmal kurz eine Oh nicht mit der Schaufel So Zack Und jetzt den Ich weiß halt nur nicht wie es jetzt gleich wirkt Das dachte ich mir nämlich Hätte mir eigentlich gewünscht Dass die Beine mehr zusammen sind Dann machen wir vielleicht wieder einen weg Also einen von den Öfen hier Kann ich mir ja dumm und dämlich hauen So machen wir lieber wieder so ein Händen Zack Oh Ganz ruhig Nein Nein Äh Nein So mal so Das sieht aber vielleicht ein bisschen zu nackt aus Was ist denn mit so einem Räucherofen? Den gibt's doch auch noch ne? Ofen Was brauche ich dafür? Schwarzeichenholz Entrindetes Schwarzeichenholz Eichenstamm Eichenholz Entrindetes Eichen Entrindete Eichenstamm Ankazitenstamm Den hab ich doch aber Warte Ich hab doch so ein So ein Stamm Äh Was mach ich denn hier? Ach das ist die Ach die Kiste ist doch hier So warte warte Hier hab ich doch so ein Stamm Zack Und was war das noch? Was brauchte ich noch? Holzkohle oder was? Äh Warte Ofen Ofen Ah jetzt kann ich Guck Zack Ich weis zwar nicht was der macht Aber Vielleicht können wir den hier noch neben stellen Räucherofen Der sieht nur anders aus oder was? Aber was macht der denn anders? Der macht nur Dings Und der macht Essen und so Ach der auch Der macht auch Gold Und der macht nur Essen Ach der ist hier rein fürs Essen zuständig Und der für alles Der kann mehrere Sachen machen Ah Ja dann kann man das doch so fast machen oder? Aber sieht auch irgendwie Banane aus Muss ich gestehen Die müssten zusammen sein Dann sieht das vielleicht ein bisschen besser aus Hm Kritisch Gibt's hier nicht noch irgendwie sowas für Wasser? Nee Tank Auch nicht Spüle Becken Auch nicht Ähm Ne Wanne Auch nicht Wie könnte man das noch sagen? Ne Schale vielleicht Schale auch nicht Äh Dann müssen wir mal kurz hier durchswitchen So eine Kreissäge Ein Krug Eine Bruchsteinmauer Ein Teppich Was braucht man dafür? Zweimal Wolle Okay Ein Foto gibt's doch auch Ne? Eisengitter Warte mal So jetzt hab ich euch mal nicht weggedrückt Ein Schmiedetisch Eine Truhe Ein Bogenertisch Was macht der? Wahrscheinlich auch mit einem Bogen zu tun ne? Laterne Ein Lore Ein Komposer Ein Lagerfeuer Papier Feuerwerksrakete Ein Eimer Ein Trichter Ein Kolben Ein Werfer TNT Steinknopf Redstone Fackel Notenblock Eisentür Feinwegeplatte Steindruckplatte Ah warte mal Wie geht denn die? Stein Warte mal Vielleicht können wir Sieht so einer besser aus Wenn wir den da drauf machen Als Holz Warte mal Äh Wir haben ja Stein Wir haben ja Stein Ich weiß noch immer nicht was passiert Was passiert Wenn wir die Kiste wegnehmen Äh hier Zack 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 So So warte mal Warte mal Warte mal Jetzt So Äh So Okay Ändert sich das aber so viel Sieht besser aus als das Holz Scheiben Scheiben können die nicht kaputt machen Oder Oh Wenn doch Dann werde ich aber ganz schnell wieder Die Fenster raushauen So warte Vielleicht geht das noch hier hin Mit beiden gefällt mir nicht so gut Deshalb machen wir den aber vielleicht hier ab Weil da sieht ja schon so ein bisschen Arbeitsfläche aus Oh scheiße die sind kaputt Wenn weg dann weg oder wie Tatsache Schweinerei Oder muss ich die mit Spitzhacke abbauen Ähm So Gefällt mir auch nicht Ja mit Spitzhacke muss ich die abbauen Toll Dann doch besser so Ah da warte Wir haben noch auch Dings ne Hier wir haben noch diese Granitblöcke und so Vielleicht können wir da so Marmor oder sowas Das haben wir auch noch Ah das holen wir dann mal hier Warte dann lassen wir das hier nochmal So dann lassen wir das nochmal kurz Vielleicht kann man das hier dann alles so ein bisschen so ein auf Mit Dings ausschmücken Vielleicht geht das Bilder gibt es doch hier auch oder Nee Nee Bilder gibt es hier nicht Äh wie könnte man das noch sagen Ein Gemälde Da machen wir Stöcker und Dings Okay alles klar Puh man muss nur wissen wie man das alles formuliert hier So okay alles klar Dann haben wir dies Dann haben wir das Dann haben wir so die Küche hin Kann man vielleicht dann nochmal zusehen Ob man da oben noch was hin macht Ach ne da hält nichts Deshalb macht er den nach unten ne Wobei hier würde er den drauf klatschen Aber geht der auch da oben hin Nee Ist aber auch nicht so tragisch Was passiert jetzt wenn ich die Kiste kaputt mache Das würde mich nochmal blindend interessieren Und ein Lagerfeuer würde ich gerne mal probieren Dann kann ich mir vielleicht sowas wie ein Ofen hier hin machen Feuer Das geht doch aber auch mit dem anderen oder Eichenstamm Eichenholz Akazidenstamm Akazidenholz Und Rindetta Kohle Holzkohle Kohle Kann ich das aber hier drinnen hinpacken Warte mal Warte mal Äh Ich hab doch die Sachen eigentlich alle Kohle hab ich hier Guck mal ich nehm mal Kohle Mit denen hab ich Und Stöcker hab ich So dann machen wir nochmal Feuer So zack Und ich nehm das ganz gerne mal kurz mit Und ich hoffe dass es nicht mein Haus abfackelt Wenn ich das hier drinnen hinstelle Das hoffe ich jetzt einfach ganz Äh Ganz ganz Gerne Mal versuchen Ich hab so Schiss dass das ich abfacke Warte mal wir machen das erstmal anders Warte 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 Wir machen das anders So 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 schön Läuft wie ich es mir gedacht hab Au 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 Ich hoffe ich kann das auch abbauen Und krieg es wieder Nur die Kohle krieg ich So ne Schweinerei Okay Okay aber ich hab ne Idee Was wir dann nämlich noch machen können Dafür brauchen wir aber einen Platz Wo wäre denn ein geeigneter Platz dafür Vielleicht hier Vielleicht hier Vielleicht Ich mein der wird ja jetzt nicht so klein Warte Wenn wir das so machen Wir probieren das mal kurz Vielleicht weiß der ein oder andere schon was ich machen möchte Ich möchte einen Kamin bauen Und wenn wir den jetzt aber so machen müssen wir ja zwei lagig machen Wobei Den können wir weg machen Und machen nur da einen hin Und dann wäre das ja so Dann würde der Dampf ja hier abziehen Aber sieht ein bisschen blöd aus ne Vielleicht ein zu hoch oder so Hm Was kann man denn noch Steinen noch so bauen Sollen wir es mal mit so ner Platte hier versuchen Sonst hab ich keinen mehr Scheiße Ist aber vielleicht auch zu eng ne Viel zu eng Und im Prinzip kann ich dann noch die großen Steine nehmen Aber uns bleibt eigentlich nur dieser Ort da Komm wenn wir dann so machen Warte Äh Was möchte die Musik mir sagen Mal kurz ein bisschen rumprobieren hier Der Rauch kann ja jetzt nirgends hinziehen Deshalb müssen wir den ja praktisch Sogar noch ein breiter machen So Und dann müssen wir hier Das sieht aber ein bisschen blöd aus Ich hab das Gefühl Warte mal Zwei sind zu hoch Sind die genauso hoch wie einer Wenn zwei aufeinander sind Ja Also jetzt haben wir praktisch Fünf Versuchen wir es jetzt mal nur mit So Das könnte aber Das könnte aber einer zu klein sein Das könnte aber einer zu klein sein Gezimmert kriegen Gezimmert kriegen irgendwo Ähm Ich bedanke mich für's zugucken Ich hoffe ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei Lasst mir gerne was da Passt auf euch auf Wenn ihr Bock habt Sehen wir uns morgen Ciao ciao Boah Also Ich bedanke mich